Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, das Bildungssystem allen Menschen, die in Österreich leben, so weit wie möglich zugänglich zu machen. Das heißt, wir sind gegen jede Beschränkung an den Universitäten, wir sind gegen jede Form von Studiengebühren und gegen jeden Selbstbehalt im Bildungssystem, weil diese Dinge vor allem Familien aus der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse betreffen, weil das Menschen betrifft, die in der Gesellschaft am schwächsten sind und weil es umso notwendig ist, den Bildungszugang von diesen Schichten zu fördern. Dafür ist es auch notwendig, Kämpfe zu führen, wie die SLP das zurzeit zum Beispiel in Salzburg auch macht.